Wie können wir im Frühjahr Ackerfuchsschwanz, Windhalm sowie andere Ungräser und Unkräuter im Getreide sicher bekämpfen? Antworten auf diese Frage erhalten Sie im folgenden Feldreport. Mein Name ist Ralf Becker, ich bin Fachberater Ackerbau. Thema heute ist der sichere Herbizideinsatz im Getreide. Wie stellt sich die Situation vor Ort auf den Feldern dar? In vielen Regionen hatten wir auch dieses Jahr keinen oder nur einen schwach ausgebildeten Winter, fast keine Minustemperaturen und dadurch gut entwickelte Getreidebestände. Damit haben wir auch eine anspringende Vegetation und Sie bekommen im Moment schon Hinweise, dass Rapsschädlinge ein Thema werden können. Überlegen Sie aus diesem Grund auch, ob Sie erst die Herbizidbehandlungen im Getreide fahren und dann erst die Düngungsmaßnahme oder auch eine Gülleausbringung planen. Bedenken Sie immer, auch die Ungräser und Unkräuter zehren an dem dieses Jahr doch recht teuren Dünger. Im folgenden habe ich Ihnen drei verschiedene Standorte mitgebracht, die wir uns genauer ansehen. Bei dem ersten Standort handelt es sich um einen winterweißen Schlag, der eine Herbstbehandlung bekommen hat. Auf dem Schlag ist ein Spritzfenster und in dem Spritzfenster kann man gut die Wirkung der Herbstbehandlung beurteilen. Wir sehen einen schwachen Besatz mit Ungräsern und an Unkräuter finden wir Ehrenpreis, Taubnessel, Kamille und Stiefmütterchen. Bei dem zweiten Standort handelt es sich um einen Weizenschlag, der etwas später gedrillt wurde. Daher ist an diesem Standort keine Herbstbehandlung erfolgt und wir haben einen wesentlich höheren Besatz an Unkräutern und Ungräsern auf der gesamten Fläche. Der dritte Standort zeigt einen extrem starken Besatz mit Ungräsern und macht auch deutlich, warum man zu diesem frühen Zeitpunkt die Herbizidbehandlung auf diesem Schlag fahren sollte. Denken Sie bei den anstehenden Herbizidmaßnahmen auch an den Wechsel bzw. die Kombination der Wirkstoffklassen. Auch innerhalb der Fruchtfolge ein wichtiges Thema. Damit vermeiden Sie eine Resistenzentwicklung bei den Gräsern und Unkräutern. Uns erreichen erste Anfragen, ob es bei den doch recht frischen Temperaturen schon sinnvoll ist, Getreideherbizide einzusetzen. Stehen im Winterweizen Nachbehandlungen gegen Ackerfuchsschwanz oder Windhalm an, kann das zum jetzigen Zeitpunkt gegen die kleinen Ungräser mit Traxos hervorragend gemacht werden. Mit Avoxa steht ein weiteres Produkt für die Behandlung von Weizen, Ritikale und Trocken zur Verfügung. Avoxa hat keine Drainageauflage und kann daher vor dem 15.03. eingesetzt werden. Das bietet zum jetzigen Zeitpunkt bei auch niedrigen Temperaturen, hohen Luftfeuchtigkeiten und kleinen Ungräsern und Unkräutern hohe Wirkungssicherheit. Avoxa wirkt auch hervorragend gegen Trespen und durch die Kombination von zwei verschiedenen Wirkstoffgruppen haben wir hier eine möglichst hohe Wirkungssicherheit eingebaut. Zudem haben sie bei Avoxa keinerlei Nachbaueinschränkungen und können zweikeimblättrige Zwischenfrüchte sowie Raps im Herbst ohne Probleme nachbauen. Für den Herbizideinsatz in der Wintergerste kommt die letzten Tage immer wieder die Frage, ab wann kann ich Axial einsetzen? Axial kann unter derzeitigen Witterungsbedingungen hervorragend eingesetzt werden. Kleiner Ackerfuchsschwanz und kleiner Windhalm wird sicher bekämpft. Die höheren Luftfeuchtigkeiten zum jetzigen Zeitpunkt unterstützen die Wirkung zusätzlich und sollten noch Unkräuter mitbehandelt werden, kann ein Unkräuterpartner ohne Probleme zugemischt werden. Um die Wirkung der Maßnahmen voll auszuschöpfen, achten Sie auch auf die Applikationsbedingungen, wie zum Beispiel die Luftfeuchte und die Temperatur, die derzeit günstig sind. Hilfreich dabei ist unsere Spray Assist App. In dieser können Sie Ihre Spritze anlegen, eine Behandlungsmaßnahme planen und bekommen dann eine Empfehlung für die optimalen Düsenauswahl und Behandlungszeitpunkt. Damit vielen Dank fürs Reinschauen. Weitere Informationen zu den angesprochenen Produkten erhalten Sie auf unserer Homepage www.syngenta.de 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 www.syngenta.de